Musik 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 so bei schönsten sonnenschein im januar es ist zwar kalt aber schön sonne scheint gehen wie jetzt im museum vom erwin hümer sender zwei eintrittskarten bekommen ja draußen das erste modell sogar zugelassen als haarkennzeichen siebziger jahre lassen grüßen ja so fing das wahrscheinlich an reisen stadt rasen steht hinten drauf cooles teil jetzt tun wir unser schnödel wieder aufsetzen gehen wir da mal rein und los geht's und los geht's felix so 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der kleine Strolch. Das ist ein Opel Kadett. Untertitelung. BR 2018 1938 30 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Reisemobil auf BMW. in welchem Jahr ist der denn? 1959 mit dem zweiten Stock da oben da hast du einen Überblick gehabt da klettert man da hier geht es dann hoch Luxusmobil BMW V8 2 Amen. 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 Das fuhren noch rum, als wir auch Kinder waren, das ist 1961 gebaut worden. Wahrscheinlich fuhren wir so, aber ich komme jetzt wieder so rum. So, und jetzt kommt der Volkswagen T1. Einlaufbau. Weißt du, was der gekostet hat damals? 1956 hat den 6600 DM gekostet. War viel Geld. Ja. Ein Opel Rekord. Oben mit Faltdach. Auch von 1959. Hat damals 6385 DM gekostet. So was hatte ich mal, als ich noch klein war. Spielzeugung. Ja. Das hatte ich. Lass uns mal an unser Ding da reingehen. In den Orient. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe immer noch einen Haar�� affacher. So war's. So你们, dass sie die Haar saubern au Sumitze, die auf eineIBde. Oh, okay. So. 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 So, so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Cool 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 Cool